Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt den Titel gelesen, es dreht sich um die One-Shot-Taktik für Windewoge. Wir gucken uns die einmal ganz kurz an. Ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert, werde euch nach die Pokémon vorstellen und in dem Video euch hier wirklich alles Stück für Stück, eben in den kleinsten Detail erklären, wie ihr das auch selber schafft. So, ich schaue mal ganz kurz rein. Hier haben wir die Aufnahme von wohin, die wir aufgenommen haben. Wir sehen, wir spielen hier in der Konstellation mit einem Halopeno, einem Wambits und einem Suolort. Ich erkläre euch aber gleich was. Man kann mit der Taktik auch ein bisschen switchen. Ihr seid ja nicht so ganz gebunden wie bei der Eisenblatt-Taktik. Da war man ja in Halopeno gebunden. Hier könnt ihr die Pokémon eigentlich fast frei wählen. Ich zeige euch einfach, warum wir die genommen haben. Da kommen wir gleich zu. Oh, ich habe jetzt einmal ganz kurz das Bild gewechselt. Man sollte hier zack. Sehr gut. Also, die Taktik-Shot, Leute, ihr kennt ja euer gutes Windewoge. Ich spiele natürlich ganz am Anfang erst einmal gleich Sonntag. Genau, wir setzen die Elektro-Feld ein, um uns selber zu pushen. Und ja, wir sehen jetzt hier, dass erstmal gut Palosynthese wirkt. Ja, dieser ganze Kram am Anfang immer, Leute. Immer super nervig. Man müsste es mal skippen können. Wir sehen, wir kriegen hier rechte Hand ab. Wir hauen Säurespeier rein. Wir sehen, wir setzen jetzt mit Mirai-Don als Angriff einmal die Blitztour und unser Windewoge wird gewoneshotted, Leute. Und down. Ja, so. Ich erkläre euch ganz kurz, wie das funktioniert, was man einsetzen muss. Danach gehen wir das nochmal ganz kurz Stück für Stück durch und dann haben wir das. Also, wir fangen mal an mit den Pokémon. Wo haben wir mein Game? Mein Game ist hier. So. Also, am wichtigsten, der, der den Damage macht, ist Mirai-Don, Leute. Der ist auch der Einzige, der eigentlich richtig vorbereitet werden muss. Alle anderen könnt ihr ein bisschen, ähm, ja, müsst ihr nicht so viel vorbereiten. Da müsst ihr eigentlich nicht viel machen. Bei Mirai-Don spielen wir mit Wahlbrille. Ganz, ganz wichtig. Terra-Typ ist egal. Wahlbrille auf jeden Fall ist das Wichtige. Und wir brauchen hier nur Blitztour. Der einzige Move ist Blitztour. Das ist sein bester Angriff, den ihr spielen könnt. Hat er auch von Haus aus. Hat Drohnenmotor hat er sogar so. Und EVs machen wir hier Spezialangriff und KP. Und am besten ein mäßiges Wesen. Dann macht ihr den meisten Schaden. Und natürlich auch die DVs. Maxime, Leute, ganz wichtig. Das ist immer mit dabei. Ähm, Rest dieser Parabolatung etc. könnt ihr bei dem One-Shot-Taktik hier vollkommen ignorieren. Wir spielen einfach nur die Blitztour. So. Jetzt habt ihr ein bisschen Spiel. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Suolord genommen in der Taktik. Und ihr fragt euch, warum haben wir Suolord genommen? Weil Suolord kann Säurespeier. Ihr benötigt zwei Pokémon in dem Viererteam, das Säurespeier einsetzt. Suolord kann Säurespeier. Wambits kann Säurespeier. Also ihr könnt im Endeffekt auch mit zwei Suolords reingehen. Ähm, der Vorteil bei Suolord ist sogar, man könnte sogar drei Suolords nehmen. Weil wir brauchen nämlich zweimal Säurespeier und einmal rechte Hand. Habt ihr gerade eben ja gesehen. Suolord kann Säurespeier und rechte Hand. Das heißt, ihr könnt im Prinzip einfach mit drei Suolords reingehen. Ihr könnt da wie gesagt auch mit zwei Wambits reingehen und bei rechter Hand könnt ihr jedes Pokémon nehmen, was rechte Hand besitzt. Also ihr seid da nicht so ganz gebunden. Und was ich vorhin meinte, ihr müsst nicht großartig vorbereiten. Wenn ihr ein Pokémon habt, was nicht Level 100 ist, ja, dann gebt ihm einfach Fokusgurt zum Tragen. Weil durch Fokusgurt stirbt das Pokémon in der ersten Runde nie, weil es überlebt immer. Das heißt, ihr könnt auch ein Level 25er Suolord mitnehmen, wenn es schon Säurespeier kann, das ist ganz wichtig. Ähm, und alles andere ist vollkommen egal. Haut einfach einen Fokusgurt drauf und der muss nur Säurespeier einsetzen und auch stimuliert es langsam nach. Und wie gesagt, bei rechter Hand genau das Gleiche. Wenn ihr mit rechter Hand spielt, mein Hallopendium sind 36 Leute, ja. Also ihr seid da relativ ungebunden. Wichtig ist einfach nur, dass es die Attacken beherrscht, die ihr braucht. Also wie gesagt, kurz zusammengefasst, Meraidon-Wahlbrille, super wichtig. Blitzturm und die E-Faust maximiert, D-Faust maximiert und halt auch noch ein mäßiges Wesen. Suolord muss nur Säurespeier oder eure anderen Pokémon müssen nur zweimal Säurespeier haben und einmal rechter Hand und dann reicht das schon, ja. Die müssen nicht gemaxt sein, da reicht es, wenn ihr im Endeffekt hingeht und setzt einfach, ähm, in Fokus holt an. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz nochmal im Detail, dass wir das nochmal ganz kurz durchgehen können. So, wir switchen mal ganz kurz hier nochmal die Aufnahme und da sehen wir, äh, erst mal wird, das wird hier Elektrofeld aktiviert, ja, Sonnentag, bla 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 und jetzt guckt mal links oben hin. Wir sehen, die Runde beginnt mit, ja, komm schon, Spiel. So, wir haben jetzt rechte Hand von, ähm, Hallopendium auf uns. Ihr seht gleich vor Meraidon die Hände aufgehen, die hier klatschen und wir sehen schon, dass Wambits, ähm, greift zuerst mit Säurespeiern. Ja, wir sehen auch gleich von Wambits, die in Säurespeier fliegen. So, da sehen wir die Hände, ja, die haben, müsst ihr ganz wichtig drauf achten und wir sehen, da kommt der Säurespeier von Wambits und trifft auf jeden Fall. Jetzt sehen wir auch links, Suolord hat auch Säurespeier ein. Jetzt warte ich aber als Spieler, bis die Kugel hinten, seht ihr, von Suolord fliegt und sie getroffen hat. Und jetzt weiß ich, ah, okay, ich kann Blitztour einsetzen und bin safe und zack, einmal kurz drauf und er ist halt instant komplett down, ja. Das ist so der wichtige Faktor, den ihr einhalten müsst, dass ihr hingeht und sagt, wartet diese ganzen, die ganzen Steps ab und dann könnt ihr euer Windewoge ganz leicht besiegen, auch fangen. Und hier, ja Leute, Loot-mäßig muss ich sagen, ich bin nicht so ganz überzeugt. Also, wenn man guckt, klar, ihr droppt eine Tarmot-Bäre, die kann man ganz gut gebrauchen zum Werte resetten, aber alles andere ist halt hier so, ja Leute, man kann auch, also ohne Mist, wenn ihr ihn wirklich farmen wollt, würde ich eher einen anderen 6-Sterne-Rate farmen. Es lohnt sich halt nicht so krass, aber klar, wenn ihr es wollt, macht natürlich gerne, aber ich finde Loot-mäßig ist so ein bisschen mäh, ja. Für die, die den Solo spielen wollen, Leute, die sagen, aber ich habe kein Viererteam, wie mache ich das denn jetzt? Ich verlinke euch mal ein Video in der Beschreibung, wie man noch Solo spielt, also er ist auch recht einfach, wenn man ihn alleine spielen will. Was euch mal interessieren würde, ich habe es zwar schon im Eisenblatt-Video gefragt, aber auch hier, wer von euch hatte noch keinen Windewoge, ähm, prinzipiell, bessere Frage ist, wer hat damals den Bug gehabt, dass er keinen Windewoge fangen durfte, dieser I-Bug, äh, und hat jetzt die Chance, sein zweites zu bekommen, oder sein erstes, besser gesagt, bekommen. Würde mich mal interessieren, wie viele Leute damals diesen Bug hatten, weil ich hatte das Gefühl, nicht so viele hatten den gehabt und wir bekommen das Raid-Event ja eher, dass die, die den Bug hatten, noch mal eins fangen können. Klar, für alle anderen, auch Boni, Leute, nehmt mit, ja. Und falls jemand das Video guckt, bevor er selber spielen konnte, man kann ihn nicht mehr fangen, wenn man ihn bereits hatte. Das ist ganz wichtig, man kann kein zweites holen. Ähm, und ja, Leute, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Würde mich irgendwann mega interessieren. Was wir auch mal mitfragen können, Leute, wie ihr die Audioqualität findet. Ich bin ja gerade dabei, ein bisschen zu Setupen. Ihr seht ja zum Beispiel, das Ding hier ist neu. Ähm, ich hoffe, dass die Audioqualität gut ist. Ich muss mich ein bisschen daran gewöhnen, dass das relativ nah bei mir ist. Ich kann es noch ein bisschen weiter wegpacken, aber so ist die Audioqualität, glaube ich, am besten, wenn ich eher ein bisschen ins Mikrofon reinquatsche, weil das nimmt ja nur hier von hier vorne auf. Äh, und auch Setup-Hintergrund, Leute. Ich habe mich dumm gestellt. Ähm, wenn ihr das so ein bisschen besser, da oben kommen noch Lichter hin, dann habt ihr hier so ein Hexagon-Panel, was dann, ähm, lila und blau sein, äh, lila und rot sein wird, für Karmersin und Purpur. So ein bisschen als Farbmarkierung. Aber würde mich mal interessieren, wie ihr das Setup so findet, Leute. Ähm, und sonst, ihr wisst, Links in der Beschreibung, Leute, ganze Partnerangebot. Ihr kennt das ganze. Abo, Like. Wir sind kurz vor 3000 Abos, Leute. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ähm, und ja, so, bevor ich das Video unnötig in Länge ziehe, weil ihr wollt wahrscheinlich weiterklicken oder was anderes gucken. Aber wie gesagt, nicht den Abo-Button vergessen. So, ich sage vielen Dank, Leute. Bis zum Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euch noch einen schönen Tag und ciao. Ciao. Untertitelung. BR 2018